In wenigen Worten zusammenzufassen, was wir hier machen, das ist gar nicht so einfach. Der Ursprung war eine Schuhmanufaktur vom Opa, die hat sich dann gewandelt in eine Ledermanufaktur und zu der kam jetzt letztendlich noch der Einzelhandel dazu. Der Rosttal als Ort hat sich in den letzten Jahren mit dem Landkreis Fürth unheimlich weiterentwickelt. Die Dienstwege sind an und für sich kürzer geworden. Das Netzwerk untereinander hat sich auch extrem gestärkt. Also wir sind mit den Gemeinden und Ortschaften extrem vernetzt. Und uns Unternehmern vor Ort ist mittlerweile auch so eine richtige Gemeinschaft geworden. Und wenn wir Anliegen haben, dann haben wir ja auch immer jemanden, einen Ansprechpartner im Landratsamt, die uns da schon sehr unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank.